Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Clash Royale Review und zwar werden wir in diesem Video heute drei Legendary Chests öffnen und zwar erstmal eine von den Quests hier als Belohnung, richtig geile Sache, ein Legendary Chests und dann noch zwei aus dem Angebot hier, aus dem Frühjahrsangebot, richtig geil, ist noch 24 Stunden verfügbar, insgesamt 24 Stunden, jetzt ist es noch 17 Stunden, 1,5 Minuten verfügbar, werden wir uns auf jeden Fall holen. Ähm, zwei Stücke auf jeden Fall, zwei Legendary Truhen, richtige Sache und 100 Gems nur für 229, also das lohnt sich auf jeden Fall, aber wir werden auf jeden Fall als allererstes jetzt erstmal, ähm, die unsere Quest öffnen, bin mal gespannt, was jetzt da drin ist, hoffentlich irgendwas brauchbares, am besten Kampfholz, ah, ein Holzfäller, naja, nicht so toll, das ist jetzt nicht so toll, naja, okay, so, als nächstes hätten wir jetzt hier eine Goldtruhe, okay, interessant, so, jetzt holen wir uns mal das Angebot, so, Zahlung erfolgreich, wir öffnen jetzt mal als allererstes, die erste logische Weise genauso, und wiederholzfäller auch, nee, ist jetzt nicht dein Ernst, ist jetzt nicht dein Ernst, so, nächste, am besten Kampfholz, dann wäre ich noch einigermaßen zufrieden, so, ja, Kampfholz, das, das ist jetzt nice, das ist jetzt nice, können wir Kampfholz auf Level 3 machen, also, Level 3 ist es Level 11 eben, kann jetzt eben alle Karten auf Level 13 verbessern, sehr nice, richtig, richtig nice, das hat sich gelohnt, plus 100 Gems, richtig geil, okay, machen wir mal ein Screenshot, ähm, Angebot haben wir easy gekauft, ich bin so blöd, dass hier ein Screenshot zu machen, ich hätte auch etwas so machen können, hier hochwischen, ähm, Verknüpfung, dann jetzt hier so Screenshot sich auch machen könnt, aber da ist jetzt eben noch die Anzeige von, von, ähm, Akkustand, WLAN-Zeichen, Uhrzeit und so weiter, ne, also, das wäre jetzt nicht so toll gewesen, so, okay, okay, das Kampfholz verbessern wir jetzt auch auf Level 11, richtig nice, let's go, 26 Flächenschaden dazu, 9 Kronen, Turmschaden, das, ähm, ja, ist auf jeden Fall richtig nice, ich bin noch bei Level 13, Max-Level, da fehlen noch knapp 40.000 EP, naja, dauert noch ein bisschen, okay, so, ich habe jetzt auch alle Karten, das hier, richtig geile Sache, ich gucke mal, ob ich noch etwas upgraden kann, bin jetzt auch schon bei, bin jetzt auch schon bei 130.000 Gold, angelangt, das ist auf jeden Fall auch nice, können wir doch auch im Legendary verbessern, ne, sieht nicht so aus, okay, im Shop ist auch nichts Besonderes jetzt hier, ähm, als Free Epic Card heute am Sonntag, habe ich sogar einen Scharfsrichter bekommen, kann ich auch gebrauchen, wenn ich irgendwo einen Scharfsrichter-Deck spielen möchte, was ich dann bald auch machen werde, ähm, ja, und Leute, ich glaube, auf was wir mit dem kleinen Cash-Projahr-Video, und bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao, 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 Untertitelung des ZDF, 2020